Ob ganz glamourös im schillernden Cocktailkleid mit Metallic-Effekt, lässig im Streifenshirt mit XXL-Retro-Brille oder ganz freizügig im knappen roten Bikini, Frühstücksfernsehen-Star Marlene Lufen macht in jedem Outfit eine super Figur. Ein Detail lieben ihre Fans dabei ganz besonders, und zwar ihre schlanken Beine. Die 1,70 Meter Schönheit steht mit ihrem Hammerbody den Fitnessstars in nichts nach. Und das will die 49-Jährige auch zeigen. Auf ihrem neuesten Schnappschuss trägt die schöne Moderatorin ein ganz schön kurzes Kleidchen. Das royalblaue Teil gewährt freie Sicht auf ihre trainierten Beine. Passend zum Minikleid wählt sie Sandaletten im selben Farbton. Und Marlene scheint richtig gute Laune zu haben. Woran das wohl liegen mag? Vielleicht an ihrer Begleitung. Denn neben ihr springt keine geringere als Kollegin Vanessa Blumhagen vergnügt durch die Luft. Bei so viel geballter Frauenpower in einem Bild sind die Fans ganz aus dem Häuschen und kommentieren fleißig. Zwei schöne Engel unterwegs, da lacht die Sonne. Wow, zwei hübsche Ladies. Diese Beine, diese Füße und eins mit Sternchen. Na, da können wir nur zustimmen. Dieses Moderatorinnen-Duo versprüht mächtig gute Laune und sind zusammen einfach und schlagbar.